Liebe Maureen, dieser liebe Gruß kommt von April. Sie wünscht dir einen tollen Tag, liebe Maureen. Was? 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 Ich weiß nicht, meine Germanen, aber ich kann nicht nur meinen, ich kann nur meinen, ich kann nur meinen, ich kann nur meinen. Ich habe etwas mit der Hoheschweck. Ja, ja. Da ist ein Ort, wo ich mir nicht mehr gesehen habe. Ich fühle mich, dass ich mich nicht mehr gesehen habe. Ich fühle mich, dass ich mich nicht mehr gesehen habe. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe mich, dass ich mich nicht mehr gesehen habe. Ich habe mich, dass ich mich nicht mehr gesehen habe. Ah, ja. Zelu? Der hat Angst, dass ich mich nicht mehr gesehen habe. Ah, ja. Ist jetzt mal das, wo ich es ist. Bulangiu. Ah? Ah, ich habe mich, ich habe mich. Ich habe mich. Ich habe mich nicht mehr gesehen. Ah, ja. Ich mache mich, dass ich mich nicht mehr gesehen habe. Ah, ja. Ah, ja. ein habe ich mich wenn nach squad. es sei ... ist bin ich vor Minister etwas war 9. Ia so-i, frau mâncarea la Fraalers. Uite boss, ci-i spun ca nu am masini pentru patulare. Intotdeauna am întrebat de ce le zige complimate filmate. Oare ori fi alea care au apărut în reclama de la televizor? Să văd cine-i primul care nu are Big Boots, Big Boots Lua-sta, wei mai trebuie o icoana pe piept Si gata Wei cantam Biiiilescu Apropo de relatie, am avut si eu un iubit la un moment dat Care m-a alintat puiul meu Iar daca intrai in telefonul lui Vedai ca are un costet intreg acolo Un costet intreg de pui Ia uite coaia, s-a gatit mochi Cragiu cu Scooby-Doo Ha 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 Cine l-a batut pe migaiiisa Din berceni, ala cu velvelitele lui Batut Azi Mihaiita Cu cine l-a batut? Cu cine te-ai batut manca? Cu mandam, cu pruzuri, cu tipica Cu tosi mechei M-a ieșit cu ochii s-arma Ha 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 Au dat si ei, l-a luat si el Cum sa te iei de migaiita? Bau Imi pare rau ca te-am deranjat. Imi pare asta de rau. Cine si-l amintește pe ăsta? Acum sa vedem cum arat-o după trei luni petrecute printre Moldoverii de la Vaslui. Eu lua de pe el și circuitele și tabla, a ajuns să-l împingă vântul săracu. MULȚUMIT PENTRU VIZIONARE!